Hi, ich bin Kevin Nüttl, ich bin selber Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie mit zwei Praxen in Magdeburg und Gadelegen und ich bin heute mal wieder bei Moritz gewesen, um an einem eigenen Thema zu arbeiten, was mir sehr sehr wichtig gewesen ist. Heute haben wir mit Hypnosleep gearbeitet, was ganz fantastisch funktioniert hat und Moritz ist ein sehr sehr kompetenter Kollege, der seinen Fach versteht, der sehr empathisch ist und unglaublich viel Wissen und Fähigkeiten mitbringt in die Arbeit und es hat mir ultra gut gefallen, mir geht es sehr sehr gut und ich bin gespannt, was die kommenden Tage so bringen.